Hallo, mein Name ist Christoph Eder. Ich bin der Regisseur von Wem gehört mein Dorf? einem Dokumentarfilm über das Wesen der Demokratie. Wir erzählen in meinem Heimatdorf auf der Insel Rügen eine Geschichte über die großen Fragen unserer Gesellschaft, wie wir leben wollen und wie wir selbst unsere Umwelt und natürlich auch den Ort, an dem wir leben, mitgestalten. Wir freuen uns besonders, hier beim Dogfest München zu laufen, auch, weil ich vor vier Jahren das Projekt hier schon mal präsentieren konnte im Anfangsstadion und jetzt wieder zum Dogfest zurückzukehren und den Film hier zeigen zu können, ist total super für uns. Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauende und freuen uns, wenn ihr uns auch Feedback zukommen lasst. Also schreibt uns gerne, sagt, was hat euch berührt, was habt ihr mitgenommen aus dem Film und wo wollt ihr ihn vielleicht auch nochmal in einem richtigen Kino sehen, weil wir natürlich bald auch in die Kinos wollen. Erstmal vielen Dank an das Dogfest München natürlich, an mein Team und an alle Protagonistinnen und Protagonisten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Schauen und bis bald vielleicht.